Hallo, ich möchte hiermit ein bisschen Werbung für unsere neueste Konferenz von der Community für die Community machen. Und zwar die .NET User Group Karlsruhe, der wunderschönen, aber baustellengeplagten Stadt Karlsruhe, veranstaltet am 30. März einen Open Space für, ich zitiere das Ganze mal, frischgebackene, hochmotivierte Startup-Gründer. Die Unternehmensinhaberin mit 20 Jahren erfolgreiche Geschäftstätigkeit und freiberuflich tätige Softwareentwickler. Das ist so. Für diese Leute ist das Ganze gedacht. Und wir wollen einfach einen vertraulichen und sicheren Rahmen für alltägliche und neue Herausforderungen zum Austausch darüber geben. Und wir sprechen da schon seit mehreren Jahren immer wieder in unterschiedlichen Communities und Konferenzen drüber. Es sind häufig auch die gleichen Leute, die halt vieles in diesem Umfeld umtreibt. Wir haben gesagt, wir brauchen dafür mal ein Format, einen Raum, wo man darüber reden kann. Und Themen wären beispielsweise wie nachhaltiges Wachstum und Skalierung, Unternehmenswerte, was macht das Unternehmen aus, wie nimmt man da die ganzen Mitarbeiter mit, Partnerschaften, selbstorganisierte Teams, heutzutage auch ganz wichtig, Erfolgskennzahlen, also sprich, dass man sich wirklich austauscht. Wie läuft es bei mir, wie läuft es bei dir, worauf muss ich achten, wie habt ihr das und das hinbekommen. Ausbildung und Fortbildung, Führung, Mitarbeiterführung ganz wichtig, Arbeitszeitmodelle. Also wir haben da so viele Themen, die uns auf dem Herzen liegen, wo wir sagen, wir laden euch herzlich ein, mit uns drüber zu reden. Es wird uns wahnsinnig freuen, wenn ihr dann eben nach Karlsruhe kommt und darüber mit uns redet. Die Anmeldung ist eröffnet. Legt los! Legt los!